In Zusammenarbeit von Christophe Pillet und unserem Design-Team sind zwei neue Serien entstanden, die wir 2017 zeigen. Dazu gehört die Serie Memoria Black, bestehend aus Sanitärkeramik, das heißt Waschtischen in drei Größen und einem Wand-WC, spülrandlos, und einer passenden Möbelserie. Die zweite Serie ist Memoria Elements. Bäder werden immer wohnlicher und Räume gehen fließen ineinander über. Aus diesem Grunde hat Vitra die Serie Memoria Elements entwickelt. Dazu gehört eine Bank, eine Konsole, ein Garderobe mit Spiegeln und Fächern, sowie eine zweite Bank mit Korb und Ablage. Bestes Beispiel ist die Garderobe, die nicht nur im Bad eingesetzt werden kann, sondern in anderen Wohnbereichen auch.